Die letzte Künstlerwaffe wurde endlich auf den Tag der Künstlerwaffe erzielt. Um... Of course, we hope that the 10 candidates will be released from this year Crystal Lenz Sasha Browns Connie Springer Marco Bot John Kielstein Ellen Yeager Annie Leonhardt Bertolt Hoover Rainer Brown Director of Mikasa Ackerman So... We've finally reached here Now we're going to destroy the巨人 This face links Perfect to the text With a character With a green question To start an event A green question Is here someone? We can go normal and not sprint We're going to get him on the floor Oh yeah It's fun I'm fine I'm fine I'm fine I have no idea I can't feel that I just feel like I'm feeling red It's kinda But I'm going to a first Don't wait You're still doing the work? No No Hey giant Das war's für mich. Ich bin sicher, dass das Menschen hierher gewonnen haben. Das ist für einen巨人, der sie zufrieden war. Ich habe mich nicht verloren, aber ich habe die Informationen, die ich sicherlich auf die nächste Hoffnung verletzeuge. Ich habe mich nicht in den ganzen Zeug, aber ich habe mich nicht in den ganzen Zeug, aber ich habe mich nicht in den ganzen Zeug, was ich in den Nachdenken? Das ist das, was ich? Ach, wenn ich mich nicht rausgekommen, dann schuldigst du mal. Ich habe mich nicht in die Zuge. Wir werden uns in den kleinen Städten rauskennen und in den kleinen Städten rauskennen! Wir werden in den Städten in den Städten! So, warte mal, wir müssen hier raus. Aber das ist schon fast wieder so... Vom Style nimmt mich das so ein bisschen an... So wie Dragon Ball X Universe und One Piece, diese Spiele dazu. Dieses Open-World-ähnliche, wo du halt einfach nur hier rumrennst und mit Leuten sprichst. Das nächste Spiel ist... Oh, das sind wir alle... Ja, komm, wir gehen mal durch. Ich wollte gerade sagen, dass wir dann schon wieder... ähm, mit Kassar und... Ich wollte gerade sagen, dass wir dann schon wieder... ähm, mit Kassar und... Und, äh, Armin. Boah, nee, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich kann schon wieder schützen, wenn ich zum Beispiel schon wieder anfangen würde. Ich habe eine Kassar und mich allein zum Schluss von ihnen, weil es darum geht. Das war's, was ich schon machen? Was ich hier mit Kassar? Das war's für Dasen. Ich habe Grund, wenn ich gerade gespricht. Ja, das ist weg. so eine ekelhafte frotz Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin ... Ich bin so schwer... Ich bin... Ich bin ... ... in dieser Augen... ... ... ... Sie... ... 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 Einrichtung eines Lagers. Im Lager gibt es verschiedene Gebäude, wie die Ausrüstungsversorgungsstation. Vergiss nicht neue Ausrüstung zu entwickeln bevor du zum nächsten Kampf aufbrichst. Okay. Okay, also anscheinend ist es da. Neue Mission. Hier ist das Lager. Gut. Was bist du? Okay, ich habe glaube ich noch keine Materialien, oder? Ach da, ach da! Eisenbambusfragment, das hatten wir doch vorhin gesammelt. Beschaffungsmaterialien. Kosten, blablabla. Einlösend, verkauf. Okay, ich weiß aber noch nicht. In der Ausrüstungsversorgungsstation kannst du zwischen neuen Entwicklungen und Ausrüstungsmodifikationen wählen. Wähle neue Entwicklungen, um mit Materialien und Regimengeldern neue Ausrüstungen herzustellen. Wähle Ausrüstungsmodifikationen, um die Ausrüstung mit Hilfe von Materialien und Regimentsgeldern leistungsfähiger zu machen. Klingen werden nach Schärfe, Klingenlänge und Haltbarkeit bewertet. Die Schärfe beeinflusst die Angriffskraft, während sich die Klingenlänge auf die Angriffsreichweite aushöhlen. Eine höhere Haltbarkeit, ja, ist ja logisch. Schneiden und Behälter werden nach verbleibendes Gas, Gasdruck und verbleibende Klingen gewertet. Ist das verbleibende Gas hoch, erhöht dies die maximale Stufe der Gasanzeige. Wenn du Gas verwendest, beeinflusst der Gasdruck eine Bewegungsgeschwindigkeit. Die verbleibende Klinge hat Einfluss auf die maximale Anzahl an Klingen, die du erkennst. 3D-Manöverausrüstung wird nach Rollgeschwindigkeit, Ankerreichweite und Ankerstärke bewertet. Rollgeschwindigkeit erhöht die Geschwindigkeit, mit der du auf einen Titan zustimmst. Eine höhere Anker, ist klar. Und Ankerstärke ist, die schneller du dich wegziehst, oder? Äh, gewährleistet das ein Anker längere Zeit mit einem Titan verbunden? Ach, okay. Äh, Trainingsklinge, die haben wir doch jetzt, oder? Klinge der ersten Generation. Allgemeine Ausgaben mal 2, im Besitz 6. Haltbarkeit ist 60, da ist der Schaden, ist aber hier geöffnet. Ähm, Beschaffung Klinge der ersten Generation, ja. So, hier. Der Gasdruck erhöht sich. Warte mal. Nur hier ist der verbleibende Gas besser, und da ist es. Die verbleibenden Klingen sind da besser. Ähm. Dann würde ich sagen, ich gucke mir erstmal alles von der ersten Generation. Jetzt habe ich nicht genügend Geld. Also brauche ich auch nicht die... Warte mal. Vielleicht doch... Nein. Ausrüstungsmodifikation. Klinge. Äh. Was brauche ich dafür? Also brauche ich doch diese, diese Materialien. Und Geld. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich davon verkaufen kann, was nicht. Deswegen behalte ich erstmal am besten alles. Gibt es jetzt auch auf die Fresse? Ah ne, es ist unser, unser Generalchef. Keith. Hallo wie der hieß. Jetzt. Ui. Ui. Bin ich. Ähm. Natürlich. Jawohl. Kapitel 1. Rückkehr der Verzweiflung. Hä? Wie soll ich mich in den Regierungschef? Koni! Du bist 8, oder? Du bist vorhin in den Regierungschef. Du hast gesagt, dass du in den Regierungschef. Erals jemanden, wie der OopolBS-Ungebung, Bist du nicht? Erals jemanden? Du hast dann ja, wenn du in Regierungschef. Oh. Das war so. Du willst du nicht mehr auf jauber. Genau, seine zwei drauf an. Du bist. Wir haben ja auch noch nicht. Nur in Regierungschef... Du bist. Wir müssen gehen. Die Coconut-Union geräum. Da kommt und die ZDNA. Da. Ich bin der Woll-Maria-Datkan-Mai-Wai. Okay, ich will auch das Fleisch essen! Ich kann auch das essen! Ich kann das auch essen! Ich komme wieder auf dem Weg! Ihr... Es ist seit 5 Jahren, Menschen sind wieder zurückgekehrt. Ich werde es nicht mehr so verletzen. Ich werde es nicht mehr so verletzen. Ich werde es nicht mehr so verletzen. Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hach... ...zulegen ... ... ... ... ... ... ... So, jetzt ist es Zeit für unser Training. Oh, das Spiel ist beendet. So einfach ist es. So. Abchecken, ob wir die Materialien sind. Sing! Nicht nochmal. Nein. Okay, mit mir sieht es nicht so gut aus. Ich habe so Heiltränke, wenn ich die benutzen muss. Nahtod und Fokuszeit. Wenn dir ein Titan einen Nahtod herbeibringt. Okay, ich muss dieses Medi-Ding einnehmen. Ich dachte jetzt erst eigentlich, dass es so ist wie bei vielen anderen Spielen, wo du einfach dann... ...dass ich wieder zurückregenerierst du in einem gewissen Punkt. So, Kollege. Das ist keine Materialien. Was ist denn mit dir? Oh, ich bin sogar voller Blut wie in den Dings... äh wie in der... oh je. Gleich zwei. Oh, das Materialien. Vielleicht sollte ich erst mal... ...denn. Oh fuck. Oh, ich bin nur dein Team mitgegangen. Ah, okay. Ich verstehe. Wollen wir jetzt mal den hier machen? Ähm, nein. So. Zwei so. O, jetzt. O, jetzt geht's. S Allan. S Annie. O, jetzt geht's spark 널よ, und k répond zu sein. Zwei so tread 우리 doch eben nicht mit mir klar.. Ja, wir beheldet denkst. Ja, das ist Kasach. Aber nein, ich bin alle, es hilft allen, Clonen. Er wusste, dass er wohl seine Kolossal betarben ist. Was ist das? Das ist die Chance! Das ist nur die Hände! Das ist nur die Hände! Das ist nur die Hände! Das ist schon fünf Jahre alt. Das ist das... Das ist die Hände! Das ist die Hände! Hey, muss ich was machen? Ui... Ich stehe... Wo darf ich nicht? Okay, ich stehe! Ach du Scheiße! Bäh! Ich stehe... Was? Ich verstehe... Ich stehe... Ich stehe... Die Dauer... Wenn ich ihn nicht schaffe, kann ich den Haken nicht mehr hören. Ist er überhaupt noch da? Hallo? Ich habe den Haken geflogen. Ich habe ihn mit dem Haken geflogen. Ich werde das nicht mehr tun. Hey, warte. Ich finde es nicht so. Nee, nee. Ich habe den Hügel gespürt. Ich habe den Hügel gespürt und ich habe den Hügel gespürt. Sieht das geil aus. Ähm. Ja, passt alles. Oh, ich soll das sogar machen, bevor ich die Mauer rüberkriege. Ich habe den Hügel gespürt. Ähm, 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 wo gehe ich dahin? In die Mitte. Glaube ich. Oder? Oder war es schlecht? Oder? Oder? Ich werde den Schreiber aufhören. Ich werde den Schreiber aufhören. Ich werde den Schreiber aufnehmen. Komm schon. Noch einmal. Okay, noch zweimal. Soll ich das jetzt durchziehen? Kann ich das durchziehen? Jawohl, kann nicht. Ach! 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 Und hat ein fettes Loch hinterlassen. Dass du dich sch�elöt? Atteldungen! Mach das nicht. Weil das schon schon leidende ... dass du schiefst ... er hat irgendwann, zu ich zu gehen... einfach ... Entfernt mich ... Ich bin zugrengt. Aber was sie quittet? Wir waren zu uns niemals ... Was schiefst du? Was das? Der Vorspeiler hat sich schon gegenwärtig aus dem Spiel. Keine Zeit, zurück! Oh, okay. Okay, das hat mich auch gerade völlig verwirrt, dass das Kampfsystem dann auf einmal komplett umgekworfen wurde, direkt nach dem ersten richtigen Kampf gegen Titanen, aber na gut. So. Holz haben wir bekommen, okay. Das heißt, ich muss jetzt was tun. Ähm, mit dem reden, ne. Ne, warte, Ausrüstungsmodifikation, äh, Klinge, äh. Ja. Boosten wir mal direkt die Klinge, ähm. Und direkt rein. Beziehungsweise, wie ich auf die Uhr schon gesehen habe, war es das für diese Folge. Ähm, ja. Okay, da rennen ein paar rum. Warte mal, wir sind doch jetzt hier auf der zweiten Mauer. Eigentlich bist du doch... Hm. Irgendwie komisch. Egal. Ähm. Sagt mal, wie ihr das Spiel findet und generell, was man vielleicht noch verbessern könnte. An dieser Stelle bedanken ich wieder herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.